Jetzt kann ich den mal von hinten holen, jetzt werden wir mal wieder ein guter killen. Ich glaube vier Stück fehlen ja noch. Der sagt auch nichts, wenn ihm die Paxen weggezogen werden. Ich weiß gar nicht, wieviel der jetzt wird. 44, okay, also fehlen noch sechs Stück auf Killnummer auf die fünfte. Alter, das packt hier aber auch rum. Das ist ja der Witz. Das ist ja der Shit. Ach ja, wo sind die? Ich kann nur vier nehmen. Wenigstens mal wieder was Gutes. Man darf vielleicht mal voll machen, weil Sturmgewehr ist immer voll. Limit erreicht, wie gesagt, wir wurden ja nicht getroffen oder gesehen. Guck dir das mal an. Also, ich glaube, mein Spielstand ist ja komplett verpackt. Ich muss es irgendwann mal ganz... Werde es nicht gesehen, ne? Oder könnte ich hier schon rumrennen? Alter, was haben wir für ganze Kampfmods, Alter? Hier habe ich alle noch gar nichts gesehen. Gut, ich will jetzt hier keinen Lärm machen, deswegen... Ich habe da vorne gesehen, dass wir mal hier durchsneaken können, genau. Ich kriege mal langsam den ersten Schlachtenläufer-Kill. Boah, Gott. Komm, dann steht genau vorne, ich kann nicht. Ich werde mal die Waffen wechseln. Ich gehe mal zurück und wechsle mal die Waffen. Aus Absicht. Kann der Typ sich dann einfach mal da davor stellen? Weil du musst euch aus dem Schacht raus die Kills machen, das verstehe ich. Oh ja, warte mal. Wir dürfen ja eigentlich ein bisschen Luft anhalten, oder? Da ist wieder so... Oh Gott, oben. Vielleicht habt ihr das gesehen, oben, der Typ. Das sieht man jetzt gerade nicht. Eigentlich muss ich den Kommandant killen, der Rest ist mir eigentlich wurscht. Ich muss jetzt rechtsklick schießen, ich habe nur die Schall gedämpft. Oh, wie schön. So, kommt er. Ich habe die oben schon gesehen. Und das war auch wieder. Der da oben nicht. Oh, ich war zu weit. Doch, hat gereicht. Perfekt. 45 von 50. Da liegt man nicht mehr mit. Pistol haben wir ja verschwendet. Ich will bloß dadurch und dadurch schon mal einen Fluchtweg machen. Pfalz. Und oben auch mal gucken. Wie gesagt, hier fehlt noch haufenweise Lesbares. Und Collectibles fehlen ja auch noch ein paar. Wir können ja wahrscheinlich eh noch mal zu... So ich gerade eh, oder? Das ist... Oh, Loll. Acht Beile. Cool. Bin auch da hochgekommen. Wo geht es denn da hin? Äh. Also bei mir Elektrospiele heute ein bisschen. Sorry dafür. Vielleicht war der Collectibles angesagt, weil ich den Kommandant heimlich gekillt habe. Nö, da oben ist der Alarm. So, weg. Da habe ich auf jeden Fall ziemlich viel eingesammelt. Da bin ich mir sicher. Weil den Bereich kenne ich. Vielleicht sind es die Bereiche, wo wir wirklich noch nie waren. Wobei Ausmerzen waren ja glaube ich noch gar keine Golddinger zum Sammeln. Da war eh Post. Das weiß ich noch. Nö, genau nicht. So, wir müssen wohin. Der hatte dieses Shotgun-Ding. Wir müssen da hin. Oh, den Code. Eigentlich ganz ehrlich. Ich will noch ein bisschen Armor sammeln. Wir machen die Armor gerade ein bisschen mehr Angst. Obwohl wir haben keine Alarme. Scheiß drauf. Oh, den Code. Mal sehen. V. A. L. A. A. L. A. A. Gl. A. 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 B. B. A. A. . Mich interessiert immer sowas, vielleicht Geheimräume? Nö, ich glaub das ist einfach bloß ein Sneaky Gammoner-Kommandant hätte noch killen können. Der Armer liegt dann hier noch ein bisschen was. Wir müssen ja Helme sammeln, 1000 Stück laut Achievement. Könnt ihr vergessen. Safe Call. So, da war noch ein bisschen Ausrüstung. Nades haben wir eine benutzt. Ja, würde ich sagen, wir gehen raus aus der Ausmerzertür. Zwei Signale heißt eigentlich immer nichts Gutes. Ich versuche Kommandanten. Wir müssen ja Soldaten und jetzt Kommandanten finden können, ist das Problem. Falls man mich manchmal anders hört, liegt daran, dass ich immer die Tasten suche. Ich habe gerade das V nicht gefunden. Wir gehen jetzt den ganzen Weg zurück. Weil ich dachte hier gerade, da kommt einer hoch. Das sind ja bloß so schwache Typen. Naja, gut. Ich kill den jetzt mal. Nein, wir könnten da unten wieder ein wenig Action machen. Ich weiß, ich brauche die Kills. Aber ich will das jetzt mal. Die sind ja beide in... Dahin steht da fette. Okay, vergisst das, was ich gerade gesagt habe. Ich höre noch keinen Alarm, weil die... Schau dir mal das fette Kanonending da an. Da kann man den von hinten killen. Ich habe ja gespeichert. Da sind nämlich bloß noch drei. Boah, Alter. Erst runter oder erst hoch? Ach Gott. Hopp, gib mir die... Ist das noch unsere Muni, die da rumliegt? Von damals, als wir da durchmarschiert sind? Also ganz, ganz am Anfang. Das wärs ja, ey. Na ja, der hat mich jetzt oben gesehen. War das der Typ vor oben? Ich will aber gern trotzdem oben rum. Ich will den Typ oben erstmal killen. Wer sieht mich denn da? Da schaut er mich. Das ist ja gar nichts. Scheiß drauf. Kommandant ist unten. War der, glaube ich. Auch damals schon. Alles mit Shotgun hier. Alles mit Shotgun. Da habe ich damals, glaube ich, ein Beil hingeschmissen für den Kommandanten. Ist das ein fetter? Drei Stück noch. Sechs Meter? Der ist doch voll über mir. Der läuft da oben auf der Reling rum. Ich kann theoretisch dann sogar oben rum. Ich kann theoretisch sogar oben rum. Ich will das jetzt extra sneaky machen. Obwohl doch, 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 doch. Allein schon deswegen, weil ich habe noch einen Maschinenkommandant, der genau hier sein wird. Und wenn der letzte auf der Venus, glaube ich, acht gekostet hat, wird der wahrscheinlich neun oder zehn kosten. Das heißt natürlich auch, und wir haben jetzt drei, dass der halt uns... Das ist ja Kanone, die da steht. Wo steht denn der überhaupt? Alter, wieviel stehen denn da noch? Oh, fuck, fuck, fuck. Kommandant kann ich auch einen Header geben, das ist mir eigentlich wurscht. Der steht da, IFK. Da ist der Kommandant. Ich habe ja gerade den Schatten gesehen. Drei Schuss. Das funktioniert natürlich durch den Träger durch. Ja, safe. Gwies. Ich kann euch jetzt da runter submen. Ne, 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 ne. Ich kann das, ich kann das noch schaffen. Ich will jetzt da runter springen, aus Prinzip. Ich kann das noch schaffen. Mit die 50 sneaky Soldaten. Oh, ich habe noch viele gefarmt. Muss man auch dazu sagen. Ich habe ein paar gefarmt, dass ich die Maschinenkommandant gemacht habe. Das heißt gefarmt. Ich habe als Spaß einmal die Mission extra gemacht. Das ist ja nichts mit Farming zu tun. Gehts mal unten drum, mal oben. Da hängt jetzt der Faggot. Da. Chillt. Sei Leben. Jetzt muss ich ein wenig aufpassen. Rechts, links. Da vorne steht der Fetter. Über mir subbt jemand rum. Ist das ein ganz fett? Das ist ein Maschinenkommandant. Das ist ein Maschinenkommandant. Der hat zwei fucking Shotguns dabei. Der steht schon mal unten. Weiß ich muss jetzt oben rum. Anders komme ich da nicht vorbei. Ich kann die dann killen. Ja, ja. Guck mal wie das bugt. Also mein Spiel läuft auf jeden Fall hundertprozentig. Selbst die Haartextur. Also irgendwas stimmt da halt hundertprozentig nicht. Aber ich habe jetzt auch keine Ahnung was das ist. Da oben wäre der Alarm. Haben wir noch einen Alarm sonst hier? Hinter mir ist einer. Oh Gott, es sind sogar drei. Komme ich da jetzt da vorbei? Ich kann nicht von hinten killen. Das sind jetzt alle? Ganz ist noch irgendwo. Hä? Ach da muss ich. Acht Moment. Da muss ich hin. Ist der Maschinentyp unter da unten? Das ist doch kein Maschinentyp. Ach Gott, ich glaube ich bin da unten. Oh oh. Lass mich mal vorbei. Hopp, 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 hopp. Was ist das für ein Gewehr? Ist das ein Racer-Gewehr? Weh, die kommen jetzt hinter mir. Ich hau die alle aus. Ich komme nicht so weit rüber. Nee, f*** dich. Ich bin besser wie du mit dem Ding. Der schmeißt ja nade. Back, back, back. Guck mal. Überhaupt nicht sehen, dass da jetzt ein Nade schmeißt. Oh komm, jetzt fress die. Komm, fress die. Geile Wichser-Sau. Guck dich, dich schluckst. Ich hab da alle geschluckt. Ich hab keine mehr. Wie gesagt, die Nade-Skills. Ich bin jetzt ja bei der fünften Stufe oder Richtung fünfte Stufe. Das ist eigentlich vollkommen in Wurscht. Der kommt näher, ne? Der Typ. Ich hab keine Rüssi, der kommt näher. Alles gut. Oh leil. Das ist mal grad zehn Meter am Stück. Oh Gott. Ich hab immer geschiss, wenn die Leute so sind wie die Maschinenkommandant, ne? Also wenn die Kommandant sind wie die Maschinenkommandant mit ihrer Äh Scheiß Fetten Wumme da. Da hab ich aber kein Problem mit. Oder hätte ich ein Problem mit. Ich bist aber nicht... Ich hab den... Ich hab wusst, dass der da steht. Deswegen hab ich ja rüber geschaut. Aber ich hätte nicht gewusst, wie ich da hätte vorbeikommen sollen. Das wäre mir dann ein wenig zu hoch gewesen. Tut mal leid. Ich hab's probiert. William. Ich brauche Hilfe. Beeil dich bitte. Nein. Stimmt. Wir sind ja bei der Daumen gerade hergekommen sollen. Da liegen Nades. Geil. Her, die Dinger. Lagen da nicht auch noch Nades? Ich hab keine Ahnung. Wir sind zurück zur guten Anni, ja? Der Speicher. Das heißt für mich hier wird's nichts Gutes. Alter. Du musst nicht so rumrennen, du Arf. Das Ding ist halt auf 300 Meter so präzise, ne? Ich hab da zu viel verloren, das ist der Wahnsinn. Ich putze mal gleich dreimal durch, weil's mir auch ein Sack ist. Der hat ja bloß einen Shotgun dabei. Okay, ich brauch Armor. Ich brauch... Oh Gott, ich hätte zu viel Umgebung mitnehmen können. Ne, jetzt haben wir drei. Da geht eigentlich auch noch einer. Ach stimmt, wir können ja gesunder mitnehmen. Einfach drauf spammen, wenn's immer geht, dann geht's nicht. Guckt euch das mal an. Da, der Balgen, der Strich. Da war doch Anni, die war doch da. Oh Gott, hab ich jetzt erschrocken. William, spring in die Transportkapsel auf der anderen Seite. Ich hab sie umprogrammiert. So kommen wir nach oben. Von dort aus erreichen wir die anderen Odin-Leitstände. Hallo, ich will dich... Hä? Erstmal ausrauben. So, würd ich mal sagen, äh... Ja, lesen Gold. Mal gucken, ob hier noch irgendwas steht. Äh... Ne, steht mal gar nicht. Ach, hier war ich ja offiziell auch schon. Ich glaub, das was jetzt kommt, da war ich noch nicht. Festhalten! Wo gehen wir jetzt überhaupt hin? Was schnaufen die so? Ich liebe dich, William. Ich bin hier oben. Oh! Oh! Er ist oben drauf! Oh! Hä? Ich konnte gerade... Oh, ja. Ich dachte, ich muss die Stelzen benutzen. William! Ich bin hier oben! Oh, blöd, die Schauhung! Du, zerstör den großen Ventilator und geh ihn durch! Durch das Belüftungs-Ausbau, und du hast den Odin-Hauptleitstand! William, auf der anderen Seite ist noch ein Schacht. Von dort aus solltest du den Munin-Leitstand erreichen. Dort musst du die Steuerbordverteidigung deaktivieren. Ich geh weiter zum Odin-Hauptleitstand. Wie viel lesbare gibt's eigentlich noch? Jetzt mal blöd gesagt, wie viel lesbare gibt's? Zwo, drei, vier, fünf, sechs, sieben, maximal acht, also maximal acht, ja okay. Wir lesen die Notizen eines Wartungsarbeiters. 4. August, 61, 11.54 Uhr. Überarbeitung der Lüftungstunnel erforderlich. Sie stellen ein ernstes Sicherheitsrisiko für dieses Schiff dar. Die Zugänge sind mangelhaft und müssen durch neue Modelle ersetzt werden. Jeder könnte beim derzeitigen Zustand eindringen. General Engel wäre sehr ungehalten, wenn etwas passieren würde. Wir haben wieder ein wenig einen Garen-Fotzen-Kommandant. Guck dir mal, das läuft nicht flüssig daüben, das Frimed. Das ist Frimed für Frimed. Holy shit, wie soll man denn da Leben durchkommen? Soll eigentlich ziemlich easy gehen, ne? Wenn es halt unten einer ist, ne? Aber wäre ein Problem. Och, hab ich nicht gesehen hoffentlich. Ich würde dort unten alle killen, wenn es geht auch heimlich. Wenn es geht, dass er bitte in die Treppe hochkommt. Oh, ist natürlich jetzt blöd. Wie viel brauchen wir? Ob es es lohnt zu riskieren? Was mache ich denn? Ja, was mache ich denn? Nein, Vorteile da. Zwei. Mhm. Mhm. Aha. Ja, was ist das? Mann. Ich probiere es einfach. Kommt jetzt hoch. Oh. Selber Schuld, Alter. Den da haben wir. Und den da. Wir haben zwei Stück. Sollte funktioniert haben. Natürlich will ich mich jetzt hier umschauen. Weil ich hoffentlich alle habe. Aber halt 60 Meter entfernen ist halt auch nix. Oh Gott, da wollte ich noch gar nicht hin. Der Rinder wollte ich erst mal. Ich brauche noch eine Menge Rüssi. Spreng... Warum sind da wieder Sprengdinger? Das ist immer... Ach, das hasse ich immer. Wenn die Leute oder das Spiel uns Sachen gibt, wo wir sie eigentlich nicht bräuchten. Das heißt für mich, dass ich auf dem Rückweg wahrscheinlich hier einen Bossfight bekomme. Okay. Ich gehe mal gleich weiter. Ich bieße da... Ich muss jetzt hier erstmal Sneaky durchlaufen, weil... Kommandant und so. Ich weiß ja nicht, was hier genau in der Mitte abgeht. Ich weiß gar nicht, ob Collectibles... Okay, wir haben ja erstmal hinten noch 2000 Alarme. Mach ich dann beim runtergehen. Weil gerade unter die Treppen kann auch was Lesbares sein. Dann habe ich mal ein 8 Stück. Ich weiß nicht, wie groß das Gebiet hier wird. Ich würde es eigentlich mal durchziehen. Aber so wie ich das jetzt sehe, wäre das auch nichts. Gut, ich dachte okay, die könnte immer von hinten alle machen, aber... Okay, ich wette mit euch, der Runde ist ja Collectible drin. Ich würde es gerne riskieren, weil in den New Order war das auch mal der Fall. Ihr geht da drauf und springt da runter. Also... Also vormach ich erstmal die beiden Alarme. Die müssen eigentlich genau... Die sind da links und die sind direkt links irgendwo. Achja... Okay, wisst ihr was ich speichere? Jetzt jedenfalls, als ich draufgehe. Kann ich auch nicht helfen. Aber ich weiß, hier unten ist was. Das habe ich schon zu oft erlebt, dass... Das Spiel mich verarscht. Wie komme ich da überhaupt runter? So ist er jetzt geworden. Hallo? Da war eh nichts. Ich glaube, da war bloß Leerraum. Da habe ich gerade... Wo ich gerade gelandet bin, war auch nicht wesentlich besser. He he. Aber ich... Ich würde es wundern, aber... Ihr seht es ja... Ich habe ja jetzt mit Shift... Also damals in den New Order war es mit Shift und du bist da da wirklich reingeklitscht. Ich bin nicht mehr reingeklitscht, ich bin im Reisgold rübergeflogen. Das war schon der zweite Punkt. Deswegen habe ich es ja nochmal probiert dann. Alter... Ist ja rechts-links jetzt Vollbeschallung oder was? Na gut, rechts-links ist wenigstens gar nichts. Umschießen kann ich jetzt auch nicht. Geh die Tür jetzt da auf. Oh, bitte nicht. Und jetzt geht'se wieder. Wie